aufgepasst liebe leute hier kommt eine brandneue und fesselnde geschichte von hp baxter und seiner bezaubernden sarah ja ihr habt richtig gehört unser geliebter sänger happy baxter hat das single leben an den nagel gehängt und sein herz an die bezaubernde 22 jährige studentin sarah verschenkt ein echter überraschungskuh für alle fans als er im letzten mai verkündete dass er nicht mehr allein durchs leben tanzen würde und jetzt jetzt erleben die beiden eine traumhafte zeit auf der wunderschönen insel mykonos die paparazzi waren zur stelle und konnten diese romantischen momente einfangen die sonne strahlt das meer rauscht und happy und sarah können einfach nicht die finger voneinander lassen die beiden kuscheln und knutschen als ob es kein morgen gäbe mit strahlenden gesichtern genießen sie den gemeinsamen urlaub liegen seite an seite am strand und erfrischen sich im blitzernden wasser und hey die wellen sind nicht die einzigen die sich hier um sie herumt ummelden diese beiden turteltauben sind wirklich unzertrennlich doch moment mal das ist noch nicht alles schon vorher hatte happy baxter im bunte interview verraten dass es bei ihm eingeschlagen hat wie ein blitz die liebe hat ihn voll erwischt und das gefühl kannte er schon lange nicht mehr während ihrer kennenlernphase merkten die beiden sofort wie viele gemeinsamkeiten sie teilen da kann man nur sagen das ist doch wirklich das perfekte match wir können uns nicht genug von diesem süßen paar bekommen und wünschen ihnen von herzen alles gute lasst uns in den kommentaren wissen was ihr von dieser liebesgeschichte haltet und vergesst nicht unseren kanal zu abonnieren um weitere spannende updates zu erhalten bis zum nächsten mal eure happy und sarah fan community tschüssi